Jo, hallo Leute, hier ist aber der, euer Table Tennis Gamer, herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie. Wir befinden uns hier in der, äh, ja, was will ich das nennen, Kirche, Cathedral, was auch immer, ja, dieses komische, komische Möchtegern-Dingen. Und mit dem Mozant, ja, dem Dependent zum Mozart, haben wir schon gesprochen. Und jetzt wollen wir uns hier nochmal, würde ich sagen, eine kleine Wabe einverleiben. Die haben wir gleich schon mal mitgenommen, damit, naja, hätten wir noch nicht beide Waben, aber so gut wie, weil ich weiß, wo die andere noch ist. Also, im Grunde hätten wir schon beide Waben dann. Und den Hexenschalter, den gibt's nämlich hier auch noch. So, und den nehmen wir auch gleich mal mit. Grundschilder, du musst eingestampft werden, du alte, eingerostete. Und, ah, in ihrem Auge, oh, in ihrem Auge. Ja, das ist schon mal gut, dass das in dem Auge ist, ich mein, wo auch sonst. So, und jetzt hoffe ich, dass ich genug Skill besitze, um den Icam mitzunehmen. Ja, besitze ich. So, und dann wollen wir auch gleich runtergehen. Scheiße. Boah, ich hab gedacht, ich hätte das, könnte das normal jetzt irgendwie machen, so von wegen, kurz vorher nochmal abflattern. Naja, das war dann wohl doch nicht der Fall. Schade. So, und damit sollten wir auch alles eigentlich haben, hier in der, in der Caffeineville. Ich geh nochmal da hinten in den Ecken gucken, weil ich nicht mehr weiß, ob da, ach, guck mal, da war noch so einer. Ja, den können wir sogar, aus Jux und Dollerei können wir den sogar gerade mal mitnehmen. Dann haben wir nämlich Simmer auch mal wieder voll. So, komm, Bär, lauf, Bär, Banjo, rennen, 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 die Bienen sind hinter dir her, rennen, 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 rennen. So, da haben sie es aufgegeben. Und jetzt lass uns nochmal kurz hier in der Ecke, das ist auch noch so ein Ding. Ja, dann sollten wir alles an Noten haben, soweit ich das in Erinnerung habe. Auf den Kronleuchtern da oben, was heißt Kronleuchtern? Auf den Dingern war, nee, da brennt ja Feuer, da war nichts auf dem einen, war, nee, 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 nee. Okay, so, dann sollten die letzten Noten in dem Brunnen sein, da müssen wir nochmal hin. Wo müssen wir denn überhaupt noch hin? Ich muss gerade mal überlegen, wir müssen noch die Toilette wieder besuchen, die Toilette. Ja, dies und das nochmal machen. Ja, müssen wir mal gucken. So, dann gehen wir jetzt erstmal zum Mumbo, Leute. Denn ich würde sagen, jetzt ist wirklich Zeit für Mumbo. Wo war er denn jetzt? Er war doch hier, dann konnte man doch hier durch. Wo war er denn? Mumbo? Hier war er doch. Mumbo, ich komme. So, dann lass mal den verrückten Zauberer gucken, vielleicht hat er auch noch ein paar Noten. Weiß ich nicht, hat er ja manchmal. Mumbo! Quatsch, ja, guck mal, er hat noch welche. Nice. Dank, Mumbo. Oh, Mumbo wollen 20 Ikampokams. Oh mein Gott. Und Leute, schaut's euch an. Wir sind ein Little Kürbis. Mumbo macht gut. Kürbis, Zauber, gut für Ton in Leckersupp. Ja, Leute, wir sind ein überdimensional kleiner, süßer Kürbis, ja. Hättet ihr damit gerechnet? Hättet ihr mit einem Kürbis gerechnet? Oh, eine Feder. Ja, wir sind nun ein kleiner, geiler Kürbis, wie schon gesagt. Und haben es jetzt richtig drauf. Ui, ui. Und mit dem können wir einiges anstellen. Und zwar, zum einen können wir, guck mal, wir können uns verstecken. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Kleine Kürbis-Action. So, lass mal schauen, denn wir können hier rein. Das ist extra für einen kleinen Kürbis gemacht worden. Und hier nochmal ein paar Noten und ein lecker Puzzleteil natürlich. Geh mal, nimm mal mit. Hä? Willst du mich ärgern? Ey, ich kann das nicht mitnehmen? Hä? Hallo? Äh. Ah, Moment. Ja, klar, ich muss von oben runterfallen, ne? Boah, scheiße, Leute. Ich hab gedacht, man kann da hochgehen. Äh, das, Moment. Das, 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 äh, das ist nicht geplant gewesen jetzt, ne? Scheiße. Wie komm ich denn jetzt da hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Boah, ich hab keine Ahnung. Was soll ich da wissen? Boah, das, äh, das war nicht geplant. Scheiße, Mann. Ich hab gedacht, man kommt durch das Rohr hoch. Kommt man gar nicht. Ey, wie soll ich denn sonst? Wie soll ich das denn sonst machen? Mit der Toilette, ne? Ah, ich muss durch die Toilette, Leute. Ich muss durch die Toilette hoch. Kann das sein? Aber wie? Wo war denn, wo war denn, wo war das denn dann? Ist das hier drin? Aua. Ich hab mein Mikrofon gehittet. Hier war doch nix, oder? Toilette. Wo ist der Abfluss für Toilette? Ich suche Abfluss für Toilette. Ich will durch den Abfluss. Ey, ich bin das Gegenteil vom Weihnachtsmann, Leute. Wisst ihr? Das ist so beim Weihnachtsmann. Der kommt durch den Kamin. Ich sag mir, ah, pff. I don't care. Was für Kamin? Ich geh einfach durch die Toilette. Aber wo ist das denn? Ey, das ärgert mich jetzt. Weil ich gedacht hätte, ich wüsste, wie es geht. Und ich wusste es anscheinend ja doch nicht. Aber hier ist doch nix. Ja, durch den Kamin kann der nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Aber egal. Dann machen wir erst was anderes. Ich weiß nämlich, ähm... Also ich guck jetzt nochmal hier. Hier müsste nämlich gleich auch noch eine Fensterscheibe sein, in die ich rein kann. Ja, hier. Vielleicht war das hier mit der Toilette. Na, ich mein, oder? Man muss durch den Abfluss. Naja, aber hier ist auch nix. Ja, mir fällt, mir fällt nix ein, Leute. Das ist ja geil. TT, du hast das ja schon wieder richtig drauf. Ne? Oh Gott, ey. Fehler number one. Yo. Fehler, Fehler number one. Ja, warum können die das denn auch nicht einfach machen, dass man da einfach so, wisst ihr, ne? So, ich weiß aber, wir müssen hier ja noch in den Brunnen rein. So, gehen wir das mal eben machen. Da gab es nämlich noch ein paar lecker Nötchen für uns. Mit so ein bisschen, äh, kleinen Brötchen. Ah, kennt ihr das? Lecker Nötchen mit den Brötchen. So, pass mal auf, Leute. Ich zeige euch nämlich jetzt. Hier war nämlich extra Eingang für uns. Da. Ein da. Habe ich ja nicht hingekriegt, da zu schwimmen. So. So, nochmal very geschickt sein. So, komm mal her. So. Eu, 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 eu. Zack. Und zack. Nein. Seid ihr bekloppt? 91 Noten. Boah, wo ist der Rest, Leute? Das, das könnte jetzt in der Tat, das könnte noch lustige Parts werden. TT auf der Suche nach Noten und dem Weg nach oben. Düm, düm. Was ist denn da drin? Gar nichts. Gut. Da war da Puzzleteil drin. Das habe ich aber schon geholt, ne? Tja. Tja, liebe Freunde. Tja. Tja, 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 tja. Wo war denn der Scheiß? Ey, ich kotze gleich. Wo war das denn? So asozial. Ich weiß wieder gar nichts. Ja, das ist wieder. Ja, TT live. TT live and on stage. Oder kann ich, kann ich nicht irgendwie höher hüpfen? Geht das nicht? Ich muss doch da reinkommen. Das ist doch lächerlich. Oh. 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 Ey, das gibt es doch nicht. Hallo? Ey, gibst du mir mal das Puzzleteil? Ist doch eigentlich bekloppt. Gib das her. Hallo? Ich probiere jetzt alles aus. Ne. 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 Ich komme da nicht hoch. Ich komme da zum Verreckten nicht hoch. Okay, Leute. Müssen wir halt anderes überlegen. Die Toilette. The Toilette. Die Toilette, die Toilette, die Toilette, die Toilette. Wie soll ich da... Guck mal da. Ich glaube, man muss... Ich glaube, ich muss hoch aufs Labyrinth. Ich muss irgendwie oben auf das Labyrinth drauf. Da gibt es nämlich dann einen Weg nach oben zum Haus. Aber wie komme ich da rauf? Passt auf. Ihr seht das bestimmt auch gleich. Ah, guck mal. Da. Da ist eine Rampe. Ich habe es ganz genau gesehen. Da war eine Rampe, die ich hochgehen kann. Normal. Aber wie komme ich da hin? Oh. 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 Ah. Ah. War eigentlich irgendwo noch ein Ikam? Doch, da. Ah, Leute. So läuft der Hase. Ah. Ja. Gut. Frinkt mir nichts, wenn ich wieder scheiße bin und nicht... Und es nicht hinbekomme. Ah, guck mal. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie man... Boah, alter Kürbis. Hopp, hopp. Ab in die Toilette. Zeig mal. Wie geht das mit der Toilette? War das hier die Toilette? Ne, das war die Wabensache. So. Wabe. Yeah. Nice. Haben wir die Wabe auch schon. Uns fehlen ja auch noch ein paar in dem... Oh. Wir haben schon wieder zehn Minuten. Jo. Dann machen wir hier erstmal einen Cut, Leute. Geht immer so schnell, ne? Ist unfassbar. So. Warte mal. Machen wir jetzt gleich erstmal einen Cut. Ja, die Noten, die machen mir noch ein bisschen Sorgen. So. Geh mal hier rein, würde ich sagen. Komm. Komm. Einmal rein. Und ja. Hier ist die Toilette. Und das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.